Hallo zusammen, danke, dass ihr für das Interview zugesehen habt. Würdet ihr euch mal kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr so macht? Hallo zusammen, ich bin Timo Felder, ich bin aus der Innerschweiz und ich lebe mit Assistenz. Ich bin Hans, ich bin sie Assistent. Ich mache das seit vier Jahren, seit ich pensioniert bin. Ich habe eine wunderbare soziale Aufgabe gefunden für ihn. Es dienen die beiden. Timo, wie war deine Vergangenheit bis an diesen Punkt, ganz kurz, dass du gesagt hast, ich möchte gerne mit Assistenz leben. Dass man einen kurzen Überblick bekommt. Ja, ich bin 18 Jahre, seit Kindheit und erwachsen in einem Heim. Und durch eine Krankheit, die ich bekommen habe, hat das Umdenken angefangen. Und dann habe ich den Weg geschlagen, dass ich selbstständig lebe mit Assistenz. Aber was hat denn das befeuert? Was war denn der Wunsch, eigenständig? Warum wolltest du eigenständig leben? Weil der Assistenzbeitrag ist ja jetzt noch nicht so salonfähig in der Schweiz. Also der Grund war eigentlich, im Heim bin ich halt fremdbestimmt gewesen. Das heisst, ich habe zum Beispiel nicht verhause gehen können. Also ich konnte schon verhause gehen, aber die Begleitung war halt nicht so gemeinleistend. Und meine Freunde, mein Netzwerk ist nicht so gross gewesen. Und das ist auch nicht bezahlt worden. Also bin ich mehrheitlich im Heim inne gewesen. Und das ist für mich nicht so befriedigend, weil ich bin ein Zwilling, der gerne rausgeht. Und ja, das ist einfach dort nicht möglich gewesen. Und wie bist denn du auf dieses Assistenzmodell gekommen? Und was waren so die ersten Grundsteine, die du geleitet hast? Ich bin einfach durch die Krankheit. Es gab vielleicht den Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt muss er etwas ändern. Darauf kam, habe ich gehört in den Medien. Ich habe auch in verschiedenen Vereinigungen mitbekommen, dass es das gibt. Und es war natürlich auch ein Weg, auch mit den Eltern das Ganze aufzugreifen, dass sie das so unterstützen. Und ja. Und wie bist du an die Leute angekommen, jetzt wie der Hans? Den Hans habe ich über den Mund zur Mundwärmung gefunden. Weil meine Mutter hat noch ein privates Geschäft mit Pottswärmten, Schemacken, Schleichwärmung. Und der Hans, seine Frau, kennt meine Mutter. Und so ist er eigentlich zu uns gekommen. Und Hans, als du das Angebot gehört hast, dass der Timo Leute zu macht, was ist dir durch den Kopf gegangen? Ja, ich hatte eigentlich keine Flogblätter. Und meine Frau hat das Flogbrot von seiner Mutter mit Hause gebracht. Und hat es auf den Tisch hingelegt. Und ich weiss nicht wieso, ich habe das einfach gelesen. Und fand, das ist ja. Bis ich kurz vor der Pension gestanden. Und ich brauche keine Arbeit, aber irgendwie eine Aufgabe. Ich bin ein quirliger Typ. Und so ist er in beiden gedient. Im Timo und in er. Und wie ist so ein Anstellungsprozess gegangen, noch ganz kurz? Ähm. Also ich möchte einfach das Vorstellungsgespräch. Also der Hans, irgendwie musste der Hans zu dir kommen. Wie ist dir das weitergegangen? Also zum Beispiel bei ihm hatte ich einfach ein Vorstellungsgespräch, das er sich gewollt hat. Es hat aber auch ganz viele andere Wege, wie man zu mir kommen kann. Zum Beispiel, dass ich ein Inferant gemacht habe auf DUTI.ch. Oder irgendwie auf der Gratis-Inferantseite, die es halt etwa gibt. Oder eben Flugblätter. Oder ich habe meinen Kollegen erzählt. Und so habe ich irgendwie mein Team zusammengefunden. Es hat auch nichts gegeben vom Heim. Und ich war den Weg zu mir nach Hause. Und dann mache ich mir das Vorstellungsgespräch. Und schaue, ob es passt mit Schnuppern. Da gibt es irgendwie einen Arbeitsvertrag, ja. Aber das stelle ich mir extrem aufwendig vor, so zu gusseln und Leute zu suchen. Und so. Wie ist die Zeit gewesen? Wie? Also das ist, du stehst da sehr richtig. Es ist extrem aufwendig. Wenn wir von nichts mit der Assistenz leben wollen. Ich habe mittlerweile etwa 15 Leute in meinem Team. Und es ist eine riesige Aufgabe. Also ich hatte das Gefühl, ich habe nicht viel Freie. Auch heute manchmal noch. Man ist immer dran. Wie du, oder? Mit deinem YouTube-Kanal. Ist man halt auch immer am Werken. Und ja. Was hättest du dir in dem ersten Prozess an Leute rekrutieren gewünscht? Einfach ein Werkzeug. Etwas, wo... Ich habe mir selber meine Excel-Liste erstellen müssen. Und dass ich irgendwie die Anforderungen, die der Staat stellt. Ich bin ja da wie ein Arbeitgeber. Und muss diese Auffragen erfüllen. Gleichzeitig muss ich bei den Versicherungen, IFA und so abrechnen. Und ich habe da... viel Verantwortung. Und es hat nicht viele Instrumente, die ihm da helfen, oder? Aber du bist ja jetzt in einem Vorstand von einem Verein. CLEA, oder? Und das hat ja dann das Werkzeug bei Sie. Was ist denn CLEA für den Verein? Genau. Ich bin jetzt im März. Ich habe CLEA gegründet. Das ist ein Förderverein. Gesamtschweizerisch. Und das Ziel von CLEA ist eigentlich, dass wir genau an dem Punkt ansetzen wollen, wo ich jetzt gerade erzählt habe. Dass wir ein Werkzeug werden. Für eben so Tools. wo man z.B. Planung, oder auch Abrechnungen, mit den Versicherungen, Lohnabrechnungen eine Hilfe hat. Aber andererseits auch mit dem Thema, das ich vorhin erzählt habe. Mit der Assistenzsuche. Das ist jetzt echt das erste Ziel von CLEA, dass wir eigentlich eine Plattform gründen, die hilft, dass Leute wie der Hans zu mir den Weg einfacher finden. Vielleicht haben wir auch Studenten oder Mütter. Es gibt so viele Zielgruppen, die in Frage kommen. Was für Plattformen peilen Sie denn an? Wir wollen eigentlich eine eigene Internetplattform eröffnen, weil das Thema Assistenz ist bei vielen Leuten noch gar nicht bekannt. Und da wollen wir ansetzen, dass es eine Plattform gibt, wo Leute können, wenn sie wollen. Ich will die Assistenz werden. Dass sie eine Möglichkeit haben, so eine Stelle auch zu finden. Und für uns, die selber betroffen sind, dass wir auch einfacher Personen finden, die persönlich Assistent werden wollen. Und jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher drei oder vier Jahre schon Assistenz. Ich habe seit 2015, mit dem vierten Jahr schon. Und was ist das für eine Lebensqualität? Beschreib mir das einmal. Ähm, ich habe einfach viel mehr Freiheit. Ich kann vielleicht einfach ins Kino gehen, weder vorher, oder mal mit dem Zug. Irgendwo hier. Das ist sicher das, was am meisten Lebensqualität gibt. Ich habe mir auch mehr Verantwortung. Das gibt auch ein gutes Gefühl, wenn man das so sagen kann, dass man sich selber organisieren kann. Ich kann wählen, wer mir mein Fügel will. Ja. Und Hans, wie würdest du den Job für dich beschreiben, bei Timo? Wie ist das für dich? Ja, wir haben es gut miteinander. Ich höre an, was er will. Und ich ermögliche ihm das. Ich setze ihm die Hände und die Füße. Der Kopf ist auch sauber. Und was gibt dir das? Oh, das ist eine Befriedigung. Ich habe das Gefühl, ich kann etwas Gutes leisten, trotz dem Alter. Tim, die Plattform, wie wird denn die finanziert? Oder sind ihr jetzt da am Finanzen suchen von CLEA? Ja, aktuell sind wir intensiv daran, dass wir einen Finanzierungsgesuch durchstellen. Und wir brauchen natürlich alle geschehen Ideen, man braucht überall Geld, das ist nichts Neues. Und das ist auch bei CLEA der Fall, dass wir im Moment dran sind, dass wir verschiedene Quellen anzapfen können und dann zu Finanzierungen kommen. Was hättest du mit Assistenz können, jetzt in den vier Jahren, bevor du vorher undenkbar gewesen wärst? Ganz schön. Ja. Ich kann jetzt eigentlich eben wie früher sein. Also, wie ich vorhin gesagt habe. Aber ich weiss ja auch, dass du in die Ferien gegangen bist. Ich glaube... Weisst du, wieso bin ich jetzt nicht drauf gekommen? Ich bin natürlich vorhin auch schon in die Ferien mit der Familie. Es ist natürlich nicht ganz das Gleiche wie mit der Assistenz. Das ist natürlich schon cooler, oder? Wenn du mit gleichhaltigen Personen in eine Bar gehen kannst, oder ja. Also, ich war im Sommer in Südfrankreich. Mit dem Auto sind wir runter. Und das ist schon etwas, was ich zum Glück habe, was vorher und her natürlich schwieriger geworden wäre. Vor allem mit dem Alter der Eltern. Und die Kehrseite würdest du sagen, ist der administrative Aufwand, wo eine Person in eigener Ski machen muss. Ist das die grosse Kehrseite daran? Das ist ja so, ja. Dass du einfach viel, viel Arbeit hast. Und ja, es sind auch die verschiedenen Wechsel. Wie gesagt, ich habe ein grosses Team. Ich habe auch immer wieder einen Wechsel, wo Leute weiterziehen kann. Die Studenten sind irgendwann fertig mit dem Studium. und so ist es halt, oder? Und das ist halt schon eine riesen, ähm, Arbeit, die du hast, also vor allem, stelle Suche, aber auch Ende Monat halt, die Löhne immer machen, die Planung, das ist schon, wie du sagst, ja. Was wünschstest du dir denn von der Seite der Politik oder auch von der Gesellschaft auch in Bezug zu Behinderung oder Assistenz im Allgemeinen? Ich wünsche mir, dass es, äh, nicht immer eine finanzielle Frage ist, dass man nicht immer zuerst fragt, wie teuer es jemand ist, sondern worum es jemand ist. Oder ja, einfach, dass man fragt, was die Personen aus können, können, ähm, dass man nur auf Personen schaut und nicht darauf, was kostet die Person. Weil ich schaffe ja auch Arbeitsplatz. Also es ist ja nicht nur ein Kostenträger, sondern es gibt auch ganz viele Menschen, die dann wieder positiv ins Leben gehen, wie zu der Hans, der erzählt hat, dass es für ihn eine Bewilligung ist, oder? Ja, ich wünsche mir einfach, dass die Behinderung nicht nur eine Geldfrage ist. Ja, dass man auch anders wählt, vielleicht. Und Hans, wie würdest du jetzt jemandem Schmack-, äh, der Assistent schmackhaft machen? Ja, äh, sozial denkenden Menschen muss man das nicht schmackhaft machen, der sollte selber drauf kommen. Und die, die nicht selber drauf kommen, habe ich wie gesagt, also es ist eine Befriedigung. Es bringt einem etwas, man wird noch gebraucht. Pension heisst, du bist alt, die können wir nicht mehr brauchen. Wir geben dir noch das Trinkgeld, das heisst die AHV und die Pensionskasse. Und so hat man doch noch etwas Sinnvolles kann man leisten, mit so einem Timo oder auch mit einem anderen Behinderten. Also sinnstiftend, oder? Bitte. Es ist sinnstiftend. Ja. Und jetzt Timo, abseits der Assistenz und Clea, wie findest du so eine Messe, ist das Sensibilisierung pur, oder wie würdest du so eine Messe beschreiben? Das ist sicher am Anfang, ja. Ich bin vor allem gespannt, jetzt haben wir ja heute Freitag. vor allem viele Leute da, die ich kenne, die selber Behinderung haben. Ich bin gespannt, bis es da morgen ist. Ob dann wirklich auch Familien kommen, die sich interessieren für Behinderung. Das ist allgemein das Thema. Ja. Ich finde es ein guter Anfang. Und was gibt es bei dir in der Zukunft, ausser das Clea natürlich intensivieren? Ja, bei mir ist es am Anfang wichtig, einfach Abläufe optimieren und ein bisschen herausfinden, wo ich noch hin will. Aber was mich sonst noch interessiert, und am Anfang bin ich schon viel in der Arbeit drin und weiss auch gar nicht so recht, was möchte ich eigentlich. Ich habe schon etwas probiert im Thema Kunst. Ich habe mal ein Tanzprojekt mitgemacht, das hat mir viel Spass gemacht. Ja, ich bin gespannt, was mich auch entdeckt zum Leben. Ja, ich bin natürlich auch gespannt. Und bei dir Hans, wie findest du jetzt so eine Messe? Ja, das finde ich eine gute Idee, eine gute Gelegenheit, wo man sich auch gegenseitig austauschen kann, wo man wieder andere Leute lernen können, die nicht auf der Sonnenseite vom Leben sind. Timo, jetzt noch die letzten paar Minuten. Hast du noch irgendetwas, was du auf den Weg geben willst? Ich habe jetzt alles gesagt, aber vielleicht hast du noch etwas, was du mir auf den Weg geben willst. Wenn du darfst. Ja, lebe dich jetzt und geniesse es und bitte geh vorwärts. Danke für immer. Danke für immer. Danke für immer für deine Arbeit.